Hallo und herzlich willkommen zurück zum Drag-Tag-Let's-Play. Ja, ganz viele Leute toben hier rum. Einmal das Wochenende, einer davon schleicht sich hier oben rum. Der andere ist, glaube ich, hinten. Ich muss bei ihm abbrechen. Jop. Jetzt hole ich mir schnell noch eine Schokolade. Warum habe ich schon wieder keinen Minecraft-Zaun? Weiß ich nicht. Da liegt es an den Rucksack, den du da hast. Der soll ja ein bisschen buggy sein. Nee, ich habe ja generell gar keinen Sound mehr. Jetzt schießt dein Windows den Sound-Prozess irgendwann mal ab. So. Ist hier irgendwo wieder da? Nee, wird mir ja angezeigt, dass es da ist. Nee, noch nicht. Nee. Ich will hier in Ruhe aufnehmen und dann platzen erstmal hier Telefon rein und gleich wird ein Kind vorbeigebracht. Naja, gut. Also, fangen wir nochmal von vorne an. So, Aufnahme in 3, 2, 1. Vollendrio und herzlich willkommen zurück zum Drag-Tech-Let's-Play. So, da hinten kommt das Wochenende gerade angeschossen und der Drag ist auch schon hier nebenan. Und wir haben heute einiges vor. Ganz viel und wir wissen jetzt schon nicht, wo unser Kopf steht. Nein. Für lauter Blödheit habe ich mir gleich mal aufnotiert, was ich machen wollte. Genau. Ich muss auch mal zu meinem Clipboard gehen. Von Bibliocraft mir das Clipboard gecraftet. Braucht man drei Seiten. Eine, so ein draufsteht Dings da und eine Feder und eine Fresse und einen Tintenbeutel. Bäh. Wortfindungs- Scheiße. Wortfindungsstörungen. Genau, danke. Ja, bitte. Ich finde die Buchstaben nochmal. Hilfe. Ja. Und dann haben wir natürlich auch noch ein wenig was vorgebaut. Also, falls mich Leute fragen sollten. War es darum, dass ich keine Mod-Listen oder sonstigen Scheiß fertig kriege? Ich laufe da mal hin. Ja, gut. In der Zwischenzeit kann ich mal mein Clipboard zeigen. Ich fahre heute zwei Seiten. Das heißt, wie gesagt, wir haben viel vor. Die eine Seite beschäftigt sich mit dem ME-System. Da haben wir schon mal ein bisschen was vorbereitet. Und auf der anderen Seite geht es dann darum, dass hinten das Gebäude, wo Drag jetzt hinläuft, ein bisschen mit Strom versorgt wird. Wir werden also die Steam-Turbine aus Railcraft bauen müssen. Und dafür halt, weil wir nicht genug Stahl haben, noch ein Coke-Ofen und ein Blast-Furnace. Das steht also alles auf meiner Agenda. Und ich zeige euch mal eben, ich glaube da, ich weiß gar nicht, ob Drag das online gemacht hat. Wir haben hier schon den ME-Controller. Den habe ich auch schon angeschlossen. Wir hatten ja hier Strom bei uns in die Werkstatt rein. Habe ich schon angeschlossen. Und ich habe schon mal ein Kabel hochgelegt, was da hinten rüber geht. Was hier in dieser Ecke rauskommt. Und hier sollen dann die Festplatten angeschlossen werden. Und ja, daran werde ich dann heute dran weiterarbeiten. Ja, also wie gesagt, da drüben soll ja unser Bahnhof entstehen. Da sind wir auch noch beim Grübeln, wie wir den weiterbauen. Also das ist schon mal das eine. Und da er nicht aus Erde entstehen soll, sondern aus was anderem, sind wir auch noch dabei. Vor allem unser Samstag, unser Rohrschneider, sammelt wie ein wahnsinniger Sand und Sandstein. Ach Mist, man kann die ME-Kabel gar nicht verkleiden. Ja, und was wir halt noch hier schnell gebaut haben, ist, ja, wir haben uns gedacht, wir bauen unser erstes Industriegebäude. Und, äh, ja, wenn wir das online gemacht hätten, ähm, ja, hättet ihr uns ungefähr bis Ostern folgen. Weil, äh, das war erstmal, wir müssten mal rausfinden, wo wir was hinbauen, wie groß das Ding wird. Dann die Freifläche machen, dann die ganzen, äh, Sachen vorcraften. Dann, äh, die Carpenter setzen, dann ein Skelett umbringen. Dann geht's hier, äh, nach unten. Dann geht's hier nach hinten. Und hier hinten haben wir zwei Wasserbecken, die dann für die Grinder da sein sollen, wenn sie mal da sind. Und, äh, ja, dann heißt es jetzt halt, in dieser Folge wird auf jeden Fall dieses Gebäude, äh, ziemlich, äh, ausgespritzt, dass das auch in Ruhe trocknen kann. In der Zeit kann ich dann, äh, wie gesagt, ein MFSU bauen und, äh, Elektrolyzer und, 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 und. Und, äh, sobald dann die Decke auch drin ist und die, äh, Verschaltung kommt mit dem Licht, können wir dann auch die Fackeln raushauen. Wird nur lustig, ob wir das überhaupt hinkriegen. Und, ja, ihr seht hier jetzt zum Beispiel, das wird unser Ofenraum. Das heißt, hier kommen, äh, Öfen hin. Ein paar Stück. Nicht viele. Ähm, dann drei Industrieofen und hier ist dann Railcraft die ganzen Öfen. Ähm, also Coke Ofen und der Blast Furnace von diesem Hisen. Dann haben wir hier in diesem Bereich, äh, kommen unsere, äh, Verarbeitungsgeräte rein. Das heißt, ähm, ich glaube Industrie, Zentrifuge und, äh, was haben wir noch gesagt? Elektrolyzer. Und Elektrolyzer, genau. Und auf, in diesem Bereich hier vorne, kommen dann unsere Maseratoren rein. Äh, sind dann auch ein paar. Und wie gesagt, hier dann die Grinder. Ähm, wie gesagt, Jürgen baut jetzt dann, äh, in der heutigen Folge, oder ich setze mal Session, äh, ähm, wir machen was mit Railcraft weiter, dass wir hier EU eben reinkriegen, weil, äh, wir können natürlich auch gerne die Greg-Tech-Stubin, äh, Ding machen, aber, ähm, dann müssen wir die MFSUs cheaten. Nicht bauen, weil die kann bis zu 1000, äh, EU pro Tick raushauen und, äh, ja, dann sind wir leicht überfordert. Ähm, ich habe in der letzten Folge, äh, gesagt, oder in der letzten Session, dass wir, äh, ja, ein Query bauen wollen. Aber, äh, ja, wie gesagt, wir haben dann festgestellt, dass das eigentlich ein Schmarrn wäre, weil wir haben eben, wir könnten nur unser System, das wollen wir ja auch noch nebenbei, äh, jetzt dann anfangen, äh, zu bauen, nur voll klatschen und das wäre natürlich Schwachfug. Also haben wir gesagt, wir machen erst mal Verarbeitungsanlage und, äh, wenn die dann steht, dann können wir, ja, sozusagen eine Quelle erst anschließen. Dafür hat auch Jürgen schon seine Sachen in den Taschen, die kann er da mal in den Kisten tun, dass er auch den Leuten zeigen kann, was er da gemacht hat. Äh, meinst du den Tether Act? Ja. Ja, aber die, äh, habe ich ja während der Aufnahme gemacht, glaube ich. Achso, ja, ich weiß es auch nicht mehr. Und da sollten die Leute die mitbekommen haben, wie ich sie gebaut habe. Gut. So, ich fange jetzt mal auf der zweiten Seite an. Ich vermache jetzt einfach mal das Glasfieberkabel. Äh, das hat sich nämlich als Rezept geändert gegen den Satz zu früher. Ja, man braucht diesmal Ruby Dust. Ich hoffe, ich mache das jetzt in der richtigen Reihenfolge. Man braucht, äh, und Redstone. Ich hoffe so. Ja. Und dann bekommt man Energie, ja, Energium Dust. Meine Güte, die lassen die Namen einfallen. Ja, so. Äh, und ich habe ganz kurz nur, ich habe nur schnell die Rezepte vom Coke-Ofen und vom Blast-Fernes rausgenommen. Ähm, und könnt ihr bitte, ähm, vier Eimer Lava mitbringen? Jungs? Mädels? Ja, ich versuche mal. Ja. So, vier Eimer habe. Dann muss man das Energieum Dust, muss man rechts und links legen. Achso, du hast den Rucksack an. Silber Dust und dann kommt da drüber und da drunter Glas und schon bekommt man Glasfieberkabel. Die werden wir brauchen, aber wir brauchen mehr Glas, das wir auch schon vorbereitet haben. Und der, wo er jetzt bei mir diese Grafik-Bugs sieht, äh, der braucht gar nicht erschrecken, das ist Optifine. Optifine funktioniert wieder. Juhu! Oh, du darfst weitermachen. Freust dich darüber, dass du jetzt Grafik-Bugs hast? Nein, dass ich Optifine wieder habe. Das ist mir der Grafik-Bug wert. Weil bei mir läuft es glüssiger, Edge. So, 15 Kabel, ich brauche mehr Glas. Das heißt, ich muss nochmal runter in den Keller, ein bisschen Sand holen. Ja. So, und was ich mir noch gebaut habe, und zwar, ich habe mir noch eine Tartarit-Excavator gebaut. Ähm, das heißt, äh, der Schaufelkopf und der Stiel ist, äh, mit Tartarit. Und das Binding ist aus, äh, Papier. Und, äh, das, äh, und eine Tartarit-Sys ist, äh, dasselbe. Okay, ähm, genau, die Platte ist auch noch aus Tartarit. Und, äh, ja, da habe ich dann noch gebaut, äh, drauf gebaut, Auto-Repair. Zwei Stück, äh, Durability, ähm, also ein Emerald. Und, äh, halt zum Aufladen. So. Dann hätte ich gesagt, äh, bauen wir mal schnell das ab. Habt ihr die, äh, Coke-Ofen und so jetzt schon, äh? Ja, die habe ich schon, die sind, da sind wir gerade beide aufzubauen. Ah, okay, dann kann ich ja mit einem E erstmal weitermachen. Weil, äh, wir brauchen, wie gesagt, Stahl. Ich kann euch das mal zeigen. Wir müssen ja die Turbine bauen. Ähm, diese von Railcraft, von diesen Blöcken hier, da bekommt man immer drei raus. Im Rezept brauchen wir zwölf Stück. Das heißt, wir brauchen 16, äh, Stahlblöcke plus 16 Stahlplatten. Äh, deswegen brauchen wir ein bisschen Stahl. Gerade mal, wer im Weg steht. Ja, ich muss doch ein Stück hier hoch, um die Lava da rein zu kippen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir überhaupt Lava da drin brauchen. Ich glaube, das macht er selbstständig, aber... Gut, ähm, also Brast-Furnace kann ich schon abhaken. Coke-Ofen baut ihr wahrscheinlich auch schon auf. Glas-Fieber-Kabel habe ich gerade schon ein bisschen hergestellt. Die Steam-Turbine machen wir dann später. Gut, dann fangen wir auf der Seite an. Wir brauchen das ME-Drive. Äh, dann gehen wir mal hier drauf. Dumm-Di-Dum. Ähm, gehen wir mal auf Add-App. So. ME-Drive. Das ist dieses hier. Da brauchen wir Gold-Chipsätze, Kiste, Glas und Eisen. Ja, ich habe nur... Ich habe nur ein Problem. Meine Jungs können nicht zählen. Gold-Chipsätze. Drei Stück, oder? Vier fehlen, aber warte, wir gucken erst noch, was, äh... Ich glaube, ich habe jetzt gar kein Eisen hier drin. Wie will das von denen noch fehlen? Komplett sein, das hast du gerechnet. Ja, ja. Ich kann mich auch verrechnen, du wirst es kaum glauben. Echt? Hm. Da bin ich sogar spitze drin. Warum fangen jetzt an, die Skepfer zu brennen? Ja, weil da Lava drin ist. Ich kann dann ein bisschen Eisen holen. Was? Oh, 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 oh. Soll ich gerade gelöschen? Okay. Soll ich die dann schon mal ausspritzen? Ja, kannst schon mal spritzen, weil das ist, glaube ich, dann feuerfest. Ähm, und der zweite könnte mir noch bitte, äh, nochmal... Vier von diesen, äh, Coke-Ofen... Ja, ne, Coke-Ofen von den Blast-Tranes-Dingern machen. Schön auf den Weg. Dankeschön. So, ich sag mir schon mal die Scaffold-Serving mit ein. Und jetzt... Da waren die Goldschlips-Sätze, so, da war... Das... Da war das Glas. Jetzt brauche ich noch eine Holzkiste. Ich glaube, ich habe unten noch eine gesehen. Irgendeine... So, dann seht ihr mal, wie das ausgespritzt wird. So, und schon haben wir einmal einen ME-Drive. Den können wir uns schon mal aufstellen. Äh, ich würde sagen, wir gehen erst in... Au. ...diese Richtung. So, und wie gesagt, und, äh, Rohrsch... Unser Rohrschneider, ähm... Wird jetzt das, äh, Gebäude peu a peu dann ausspritzen. Ähm, genau, und, äh, ich wurde das letzte Mal gefragt, ähm, ob Rohrschneider einen eigenen Kanal hat. Da kann er mal jetzt dazu selber was sagen. Äh, nein, habe ich nicht. Werde ich wohl auch nicht machen. So, ähm... Bis jetzt. Wir brauchen für die Storages und den Importbus und die Conversion-Matrix brauchen wir hier Storages-Sales und Access-Terminal. Ne, ach, muss ich auch noch bauen. Und ach, was ich noch alles bauen muss, das ist schlimm. Jetzt können wir ja direkt mal den Access-Terminal angucken. Das ist dieser hier. Dafür brauchen wir Glas, Eisen haben wir, Conversion-Matrix müssen wir bauen. Wir brauchen Flux-Dust. Das ist Zertus-Quarz, Neta-Quarz-Dust und Threadstone. Ähm, zwei hatte ich, glaube ich, noch. Quarz. Einen habe ich noch. So. Das, das, Redstone haben wir auch. So. Ja. Darf ich noch mehr? Das sollte erstmal lang. Dann, ähm, brauchen wir den Matrix. Ja. Gold-Chip-Sets, Neta-Quarz. Hertus-Quarz. Ach, Mann. Die Rezepte werden immer komplizierter. Die Rezepte lässt sich in so einem Blödsinn einfallen. Frag ich mich auch. Da. Da. Ja. Da, 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 da. Und da, glaube ich. Ein Platz mehr. War das noch? Schon wieder vergessen. Bin alt. Hilfe. Solltest du dir langsam alles notieren. Mhm. Ach ja, doch. Dieser Last rechts und links. So, davon werden wir ein paar brauchen. Also, mach ich einfach mal ein paar. So viel ich kriege. Fünf Stück erstmal. Langt hoffentlich erstmal. So, genau. Äh, ich hab hier noch was liegen, was ich auch noch bauen wollte. Frag mich nicht, warum. Ich wollt's einfach mal machen. Okay. Dafür brauch ich hier oben drei Glasscheiben. Holz rechts und links. Und dann, äh, ein Link. Du musst immer, äh, Du musst immer den mittleren erst im Fenster machen. Ja, hab ich schon gemerkt. Weil sonst fällt dir jetzt so viel raus. Ich kann den Showcase hier hinstellen und kann da Sachen reinlegen. Wie zum Beispiel mein Clipboard. Ja. Ausgelegt ist es. Toll. Die machen wir dann später mit, äh, mit der Greg-Tech-Variante weg, wenn wir eine zweite Canning-Maschine haben. Hast du die Steine schon fertig gekriegt? Ich guck grad noch so, ist es nicht. Ah, da ist er. Gut. Können wir das noch nicht mal hier rausziehen? So, in der Zeit werde ich jetzt anfangen, lustige Sachen zu craften. Weil wir brauchen nämlich für die MFSU ja noch mehr Gremble. Und zwar, ich hab da schon mal wieder was vorbereitet. Hihi, das kennt ihr ja langsam. Und zwar, ich brauch Iron Fences. Und zwar, ich hab da noch ein Kabel. Ach, ein Kabel. Ein Kabel hatte ich doch glaube ich. Ganze zwei Stück brauche ich da nur. Da hab ich eins noch. Kann ich ja magnetisieren wie ein Bilder. Ähm, und dann brauche ich einen, halt, eine Basic Machine Casing. Der kommt dann in die Mitte. Der kommt drüber, der kommt drunter. Oder andersrum. Setz den erstmal hier hin. Und dann Redstone und Redstone. Und ich hab einen Magneticizer. Der ist natürlich jetzt noch nicht angeschlossen. Da muss ich erst noch Kabel ziehen. Das heißt, ich muss noch viel Kabel machen. Und, ähm, dann kann ich ja mal nach Kabel gucken. Ach, Mensch, hätte ich doch gerade... So. Dann brauchen wir vier Tree-Tabs. Ein Circuit. Ne, das ist das Dark-Kabel. Da ist das Kabel. Da brauchen wir wieder Fluxdust. Und einen Automatic Extractor. Das ist das zweite Gerät. Und dann brauchen wir noch als drittes Gerät. Den Scheiß, das da. Und ich hab's vergessen. Ich hoffe, das langt erstmal. Ah, okay. Nur ein Schlipssatz. Oder? Ach, und die Kabel. Genau. Drei. Irgendwas hab ich die Kabel da reingeschmissen. 21 Kabel haben wir jetzt rausbekommen. Schauen wir mal, wie weit wir mit denen kommen. Oh, zwei Zellen. Haben wir noch zwei leerte Zellen? Oder hast du irgendwo die zwei vollen Zellen hin? Äh, in die Kiste. Die, wenn auch die Sachen auch drin sind. So. Ähm, ich wollte auch noch Kabel hier langlegen. Auf alle Fälle. Das können wir eigentlich hier anschließen. Alle. So. So, dann muss ich mal schnell gucken. In irgendeiner Maschine kann ich das Ding entleeren. Ich muss mal gucken, in welche. Im Elektrolyzer, bla bla bla. Im Grinder, nein. In der Sawmill, nein. Wo war denn das? Ich glaube, ich muss ein Kabel machen. Das wird eng. Ich glaube es. Hier geht es dann rüber, hier zu diesem ME-Assess-Terminal. Hier in dieses Loch soll dann später unser Klotz hier rein. Der wird 4x4 in der Grundplatte und dann wird der wahrscheinlich 5 oder 6 hoch. Und hier soll das Kabel weitergehen und da hinten in die Ecke, dafür brauche ich dann noch den Importbus. Ich bin jetzt hier in der Säge. Und dann ist das Kabel. Untertitelung des ZDF, 2020